Gut, in Vorbereitung auf heute habe ich mir natürlich erlaubt, ein bisschen wieder mal zu recherchieren und das habe ich auch analog gemacht. Und dann habe ich folgendes Magazin gefunden. Und diese Headline steht da oben, The Real Smartphone Revolution. Wann glauben Sie, wurde dieses Magazin mit dieser Headline publiziert? Mit der Smartphone Revolution. Wann war das? Schreiben Sie einfach raus. Vor 15 Jahren. Vor 20? 2002. 1989. Es war 2010. Das erste Smartphone oder das richtige Smartphone, das iPhone, wurde im Jahr 2007 veröffentlicht. Und drei Jahre später hat man schon gemerkt, hoppala, dieses Ding macht etwas, das führt wahrscheinlich zu einer Revolution. Drei Jahre später. Und wir alle, Sie haben es gemerkt, Sie alle schätzen, dass das viel, viel länger schon her ist, weil für uns das Leben gar nicht mehr vorstellbar ist ohne ein Smartphone. Wir glauben, so ein Smartphone ist immer da und immer dabei. Und wenn Sie in die Klasse schauen, weiß ich, wie es in Oberösterreich ist, aber in Niederösterreich, in Wien und sonst wo, schaut es oft so aus. Die Kids sitzen dort, Lehrkräfte auch manchmal und starren in das Ding. Das passiert aber nicht nur in der Schule, das passiert im Straßenverkehr. Oder beim Mittagessen. Man isst zum Mittag und schaut in dieses Ding hinein. Tatsächlich ist das so. Das war nicht immer so. 1932 hat man noch so Mittag gegessen. 68. Stockwerk, Rockefeller Center. Stimmt natürlich nicht, das war eine Werbeaufnahme. Aber würde man das mit heute machen, würde man es mutig so machen. Also ich habe jetzt das Haus gebaut, nicht so smart, ja, aber doch. Und ich will damit nur sagen, es gibt jetzt eine ganz andere Beziehung zwischen Mensch und Maschine. Oder um das ein bisschen pathetischer und ministerierter zu sagen, die Digitalisierung umfasst alle Lebensbereiche. Vielleicht haben Sie es gelesen, im Ministerratsvortrag zum Masterplan Digitalisierung beginnt genau mit diesen Worten. Oder das Leben ist digital real, wie es der Joe Buchner und ich schon seit sieben Jahren nicht sagen. Was heißt digital real? Die Germanisten sagen immer, das kann nicht sein, das kann man so nicht ausdrücken, mag sein. Aber wir meinen damit, es gibt eine andere Verbindung von digital und realem Leben. Es gibt heute für die Kinder, für die Jugendlichen, die sie unterrichten, kein Leben mehr ohne diesen digitalen Ding. Trotzdem versuchen wir das immer zu teilen. Analog, digital, schwarz oder weiß, blau oder orange, Rapid oder Austria, wobei Rapid sowieso die bessere Mannschaft ist. Wir sollten aber viel mehr eigentlich das Ganze verbinden besser. Mischen, mixen, das Digitale und das Analoge. Leider haben wir im Bildungskontext dann oftmals folgendes Szenario. Wir haben die einen, die sagen ganz, ganz toll, wir nutzen das und dann haben aber viele, auch durch Vorträge von Professoren mit dem Herrn Spitzer, die sagen ganz, ganz schlecht und dann legt man das Ding weg, oft passt die Infrastruktur nicht und so weiter. Aber die Frage, die man sich eigentlich stellen sollte, ist die, wie kann man Bild zu 100 Prozent digitalisieren? Wie kann ich alles im Bildungssetting digitalisieren? Wollen wir alles digitalisieren? Das ist die vollkommen falsche Frage. Die Frage, die wir eigentlich stellen müssen, ist die, was kann das Digitale machen? Weil neu, und das ist eine Antithese zur Panisdienste von Howard Meteor Mada, neu ist nicht immer und überall besser. Ich habe ein Beispiel mitgebracht. Wer von Ihnen war schon mal in Argentinien? Super. Andreas, was teilt den Argentinien von Chile? Die Grenzen. Die Grenzen, ja, also kein Geografielehrer, merkt man gleich. Die Anden, die Anden, sowas wie die Alpen höher. Die Anden. Und wenn ich jetzt von einer Seite auf die andere Seite möchte, da gibt es nicht immer Top-Wege, nicht Top-Ausgebauten Straßen. In diesem Kontext brauche ich einen Esel. Einen Muli. Wenn ich jetzt aber die besten Wein Österreichs von Weingut Beunten aus Schrattendal, Weingut Beunten aus Schrattendal, das ist mein Onkel, hierher bringen möchte in großen Mengen, dann brauche ich den MAN Truck. Und genauso verhält es sich eigentlich mit digitalen und analogen Medien. Es gibt Situationen, da sind diese digitalen Medien besser. Zum Beispiel, wenn ich, nehmen wir jetzt das Szenario im Haus, wenn ich messen möchte, wo habe ich meine Stromfresser. Es gibt aber auch wieder Situationen, da sind die analogen Medien viel, viel besser. Vielleicht im persönlichen Gespräch. Und genauso ähnlich soll es mit digitalen und analogen Medien sein. Das heißt, die Frage, die man sich stellen muss, wenn man sich damit auseinandersetzt, gerade im pädagogischen Kontext ist, was stört mich an klassischen Bildungssettings, was stört mich an der aktuellen Praxis und wo bringt denn diese Digitalisierung, von der alle reden, von der alle sprechen, tatsächlich Vorteile für eine zeitgemäße Lernkultur, wo das Lernen im Zentrum steht und nicht das Lernen und das heißt, das Verfrieren, Einfrieren von tradierten Bildern. Denn eines ist klar, ob wir das wollen oder nicht, ob wir dafür sind oder dagegen. Bildungsprozesse ändern sich gerade radikal. Das hängt auch mit der Digitalisierung zusammen. Das heißt, diese Digitalisierung umfasst mittlerweile alle Lebensbereiche, auch die Bildung. Und jetzt haben wir die eine Frage, aber das Wie. Es ist nicht das Ziel dieser Digitalisierung, jedes neue Ding mit ins Klassenzimmer zu bringen und nicht zu fragen, warum. Nur weil es digital ist. Wichtig ist, dass das Ziel, diese besseren Bildungsprozesse, das bessere Lernen im Zentrum stehen und hier ansetzen. Mein Name ist Stefan Schmid, danke für die Einbegleitung nochmal. Ich war zwei Jahre Leiter der Wirtschafts- und Pädagogischen Hochschule, bin jetzt im Bildungsministerium, habe nebenbei eine Firma, die Unternehmen dabei begleitet, diese Digitalisierung voranzutreiben. Ich habe sehr, sehr große, namhafte Unternehmen und das ist sehr, sehr spannend, weil meine Firma ist relativ klein im Vergleich zu den Mitbewerberinnen und Mitbewerbern, weil dieses Phänomen ist so neu, dass keiner genau weiß, was er damit tun soll. Und auch sehr, sehr große Unternehmen mit zigtausend Mitarbeitern in Österreich wissen das nicht. Ich habe drei Themen mitgebracht. Erstens, Flip Classroom, ganz kurz, warum glaube ich, dass das das Beste ist? Zweitens, Trends, was ist gerade so los? Und das dritte ist der Ausblick, wie kann ich das morgen schon einsetzen im Klassenzimmer? Flip Classroom, ca. jeder zweite hat gesagt, habe ich noch nie gehört. Flip heißt Spiegeln, Drehen und das Konzept ist eigentlich total einfach, ich habe das gehört vor einigen Jahren in Steyr vom damaligen Professor Spannagel, jetzt ist er Prorektor an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und er hat ein folgendes Szenario damals geschildert, er hat gesagt, wenn er in die Klasse geht oder bei ihm in der Hörsaal, dann schauen alle irgendwie gleich aus. Somit kann er ja eigentlich davon ausgehen, dass jede und jede im selben Tempo und auf dieselbe Art das Wissen sich aneignen kann. Sie wissen, das ist natürlich das Erfolg meiner Quatsch, das ist nicht so, sondern jeder kommt anders her, vielleicht ist der eine gerade beleidigt, weil er ihn da früher noch gestritten hat, die zweite tut sich total schwer in meinem Fach und so weiter, also die sind ganz, ganz anders, diese Menschen. Trotzdem, und so habe ich es auch gelernt, muss ich ehrlich zugeben, hat mein Unterricht, ich habe dann begonnen an der Handelsakademie, ich habe zuerst Sozialarbeit studiert, habe dann noch ein zweites Spiel gemacht, war dann an der Handelsschule Handelsakademie in Wien, war mein Unterricht immer so aufgebaut. Ich komme in die Klasse, 25 Minuten Inputphase, Erarbeitungsphase, dann 20 Minuten Übungsphase, dann 5 Minuten Ausklang. Kennen Sie vielleicht diese Einteilung? So habe ich das auch gemacht, nur leider hat es nicht mehr funktioniert. Also bei mir war die Inputphase in der Regel viel, viel länger. Ich weiß nicht warum. Also ich bin hineingekommen, habe gesagt, so heute, also ein klassisches Ding, heute machen wir den Tabulator. Tabulator kennen Sie alle, oder? Ja, ein lebensweltnahes Beispiel habe ich genommen, wir schreiben eine Einkaufsliste mit dem Tabulator. Macht natürlich kein Mensch, aber ich habe mir gedacht, das ist lebensnah. Gut, dann starten wir. Ich habe mich vorne hingesetzt, immer habe geöffnet, sage ich, so wir starten, also wir schreiben. Was kauft man so ein? Dann haben wir gesagt, Wurst. Gut, Wurst, Tab, 10, Tab, Dekka. Dann kurze Diskussion, was eigentlich Dekka sind, aha, sind das mehr als Kilo, nein, ja, schau mal. Gut, haben wir ihn dann abgebrochen, können wir nicht mehr leisten in der Handelsschule, müsst ihr selber nachfragen, bei Billa oder Spar oder sonst wo. Nächste Zeile, Käse, Tab, 20, Tab, Dekka. Die selbe Diskussion, nicht zugelassen. Wir wechseln die nächste Zeile und so weiter. Und ich schaue her und ich sehe Susi, die sich ohnehin schon sehr schwer tut, hat so ein arranges Gesicht. Jetzt gehe ich zu Susi, schaue auf den Bildschirm und sage, Susi, das ist Powerpoint, wir sind ein Word, bitte wechseln. Und ich weiß halt, dass die Susi so schlecht ist, also in meinem Fach, nichts gegen sie, sie heißt auch nicht Susi. Aber wusste ich, ich muss jetzt eigentlich warten, sonst schaffte ich den Tabulato nie. Gut, wir warten alle, haben was erzählt, wir haben halt gesehen, alle, damals war Facebook total modern, da haben alle Gesichter blau ausgeschaut. So, jetzt tun wir wirklich weiter, Susi, bis zu weit, ja, wir schreiben weiter, gut, was kauft man noch, so ein Gurkentab, 100 Tab, Dekka, Diskussion, Kilo Dekka wieder, und dann denke ich mir, grünes Gesicht ist schlecht, ich laufe wieder runter, also runter, nicht nach hinten, schau hin, das ist Excel, Word, das ist das Blaue. So, und nach einer Stunde habe ich es geschafft, eine Tabelle, lebensweltnah, für den Einkauf darzustellen. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Das war jetzt sehr, sehr exemplarisch und vielleicht ein bisschen überzogen, aber so verwickele ich meinen Unterricht und ich glaube nicht, dass ich das schlechteste Lehrer der Welt war. Warum Gleichschrittpädagogik? Ich muss ein Tempo festlegen, in dem wir erarbeiten, das kennen Sie alle. Ich kann das entweder machen, sehr, sehr schnell, sehr, sehr langsam, für die Besseren oder für die Schlechteren in meinem Fach. Das Problem ist, die Auseinandersetzung, also die Übungsphase muss ich dann nach Hause lagern, weil es ist ja keine Zeit mehr. Das heißt, die Auseinandersetzung erfolgt dann, wenn eigentlich niemand da ist, den ich fragen kann. Und gerade die, die jemanden bräuchten, bleiben dann auf der Strecke. Ein Lösungsansatz, der ist total einfach und logisch und cool und super, ist meines Erachtens flippt klar. Man dreht diese beiden Phänomene einfach um Erarbeitung zu Hause. Übung in der Schule. Das heißt, ich gebe meinen Lernenden ein Lernvideo oder interaktives Material, so wie ihr das gemacht habt, mit. Schaut euch das mit den Begleitaufgaben an. Alle kommen total vorbereitet und motiviert in meine Klasse. Ja, ja. Die schreien schon in der Früh, heute machen wir den Tabulator. Dann kommt, ein Tabulator ist super. Und dann kommen die, die haben meistens so T-Shirts auch an, so ein Tabulator und so ein Hashtag-Tabulator. Und dann kommen die und wir können mit dem Präsenzunterricht üben. Also das ist die Grundidee des Ganzen. Funktioniert nicht immer ganz, aber was sind denn die Vorteile? Der Input passiert im eigenen Tempo. Wenn ich mich jetzt wirklich in dem einen Fach nicht so wohl fühle, kann ich mir das Video zehnmal anschauen. Ich kann zurückspielen, ich kann dort Stopp machen, wo ich glaube, dass das sinnvoll ist. Und zusammengefasst, individualisiertes, personalisiertes Lernen ist möglich, genauso aber kooperatives und kollaboratives Lernen in der Klasse. Erweiterung von Raum und Zeit. Wir haben diese 50 Minuten von Maria Theresia ein bisschen durchbrechen können. Die optimale Nutzung der gemeinsamen Zeit. Also wir setzen dieses Digitalisierungs-Dings, wie ich es am Anfang erwähnt habe, nicht einfach ein, weil wir es einsetzen, sondern weil wir eigentlich uns Freiräume machen wollen. Und das Letzte ist eine sinnvolle Nutzung der Digitalisierung. Es macht einen Sinn. Es gibt Schulen, die haben das dann wirklich umgesetzt zu 100 Prozent. Zum Beispiel die Clintondale High School, eine Schule in Detroit. Und die haben dort nach drei Jahren folgendes Ergebnis. Die haben so eine Art mittlere Reife dort. Also wie bei uns oft andiskutiert wird mit 14 Jahren und jetzt schon wieder andiskutiert wird so ein bisschen. Soll man alle prüfen und schauen, wo sie stehen. Und das ist dort tatsächlich eine zentrale Reizeprüfung. Das heißt nicht dezentral oder teilzentral, sondern es wird im ganzen Land eine Prüfung gemacht und auch von einer Stelle beurteilt zentral. Das heißt, das ist sehr valide. Und das ist so mit 16 Jahren, aber nicht mit 14, mit 16 Jahren. Und die haben jetzt eine Schule gemacht und dann fallen 50 Prozent in Englisch durch. 44 Prozent in Mathematik in dieser Schule. Das war die Ausgangslage. Da haben sie gesagt, okay, wir müssen was ändern. Haben Flipped Learning als quasi Change Agent eingesetzt und sind rausgekommen mit 19 Prozent in Englisch und 13 Prozent in Mathematik nach drei Jahren. Natürlich hat das viele Nebeneffekte, ich habe positive, aber das war der Change. Und das absolut Coole ist, Disziplinfälle, ich habe mit dem Schulleiter mal geskypt, diese Disziplinfälle, die da unten sind, von 736 auf 249, das sind so etwas wie bei uns die Klassenbucheinträge. Auch die haben sich auf ein Drittel reduziert. Jetzt könnte man sagen, gut, die haben auch den Trump gewählt, die Amerikaner. Ich habe das auch getestet bei uns, ja. Habe das durchgespielt ein ganzes Jahr lang und habe das im Rahmen seines Imps-Projektes evaluiert. Und da ist rausgekommen, auf der einen Seite, dass die Kompetenzen sich gesteigert haben der Schülerinnen und Schüler. Jetzt könnte man sagen, gut, vielleicht passt die Kohorte nicht ganz zusammen und waren die heuer generell besser, kommen eher aus Schulen mit IT-Schwerpunkt. Aber, was man auf jeden Fall sagen kann, und das habe ich befragt, über 90 Prozent, das waren 91,2, 93 Kurs auf der Folie, haben gesagt, sie wollen wieder nach diesem Konzept unterrichtet werden. Diese 8 Prozent, die gesagt haben, eher nicht. Glauben Sie, waren das die Besseren oder die Schlechteren in meinem Fach? Besseren? Ja, es waren eher die Besseren Schüler, weil man muss dann immer auch in Diskurs treten, in so Imps-Projekten. Und die haben nämlich gesagt, vorher konnten sie einfach bei mir so, die haben es sowieso geschafft irgendwie, haben sie so abgeglitten, sind die bei mir, haben die Französisch-Hausbildung gemacht und das konnten sie dann nicht mehr. Und deswegen waren die eher dagegen. Eine weitere Entwicklung ist Flipped Learning, also Sie werden es schon gemerkt haben, ich habe das vorher schon ein bisschen überzogen gesagt, nicht alle, man glaubt es kaum, aber nicht alle sind so motiviert gekommen. Und dann hat man das Problem, was mache ich jetzt mit den Personen, die vielleicht nicht das Video zur Gänze gesehen haben und die Begleitaufgabe gemacht haben, sollen die das anschauen im Unterricht oder nicht und so weiter. Also es gibt ganz viele Fragen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und Gott sei Dank haben nicht nur wir das Problem gehabt, sondern auch die Amerikaner, woher das kommt, von Bergman und Samson, die haben das Konzept dann weiterentwickelt zum Flipped Learning, also einen sozusagen einen offenen Unterricht mit und durch digitale Medien, der aber sehr kompetenzorientiert gestaltet ist. Das ist das Flipped Learning, das wird aufgehängt auf diese Four Pillars, FLIP, wo die quasi so Rahmenbedingungen und eine Elf-Momente-Checkliste vorgeben, wie dem Flipped Learning funktionieren kann. Das geht jetzt einfach in die Tiefe, aber Sie brauchen nicht glauben, nur wenn Sie das Video mit nach Hause geben, ist das schon Flipped Classroom oder Flipped Learning. Das Zentrale ist, Sie spielen sich dadurch freie Zeit ein, wo Sie dann besser und intensiver arbeiten können, eventuell in Gruppen arbeiten können, personalisieren und so weiter. Das Zentrum von Flipped Learning ist der Klassenunterricht, der besser ist. Oder anders zu sagen, ich habe nicht studiert, um achtmal die Woche, und das war tatsächlich so, achtmal die Woche den Tabulator herzuzeigen. Ich habe eigentlich studiert, dass ich mit den Schülerinnen und Schülern agiere und schaue, wie kann ich die dabei unterstützen, dass die das verstehen. Das konnte ich dann nicht, weil ich dir eine Tabulator herzeigen musste. Und das ist das Wesentlichste überhaupt. Flipped Learning ist viel, viel mehr als Videoproduktion. Denn ein Video heute zu erstellen, nicht so ein hochprofessionelles wie Sie, aber prinzipiell ein Lernvideo zu erstellen, geht schneller, wie ein Word-Merkblatt, wenn man sich damit einmal in einem Nachmittag beschäftigt hat. Gibt es Fragen dazu? Sie haben natürlich eine Reihe an Fragen, aber Sie wollen lieber zum Buffet. Versteht das schon? Das sind so Fragen, was mache ich in den Präsenzphasen und so weiter, und wenn jemand kein Smartphone hat und wenn jemand kein Datenvolumen hat und so weiter. Datenvolumen ist so mein Lieblingsklassiker, vergessen Sie das, völlig unnötig. Glauben Sie wirklich, dass ein Jugendlicher heute sagt, nach 10 Tagen, ah, mein Datenvolumen ist aus, na gut, schaue ich halt wieder in 21 Tagen auf Instagram. Das ist eine konstruierte Frage von uns, Jugendliche finden sehr, sehr wohl Zugang zum Internet. Also dieses Problem hatte ich nie. Aber solche Fragen stellt man sich dann und da gibt es eh nur eine einfache Antwort, die wurde schon 2014 von Bergman & Sems gegeben. Es gibt nicht die eine Strategie, die immer und überall funktioniert. Man muss einen eigenen Flipped Classroom oder Flipped Learning Workflow definieren, den man eben in so einem Nachmittag machen kann, aber wir haben die Materialien auch kostenlos auf unserer Webseite. Gut. Zweitens, das geht relativ schnell, die Trends im Bereich digitaler Bildung habe ich noch mitgebracht. Das Problem ist, und da zitiere ich gerne Bilderbuch, einer der besten Plans der Welt, Willkommen im Dschungel. Es gibt jeden Tag neue Trends und die überschlagen sich und ich komme selbst oft nicht mit. Da schaust du auf Twitter und denkst, wow, jetzt kennst du dich wieder aus, am nächsten Tag schreiben die ein Wort, das ich noch nie gehört habe. Also es ist wirklich ein Dschungel. Ich habe trotzdem versucht, so mal die wichtigsten Trends, wie ich glaube, mal so herauszuglauben und in einem Word-Rap für sie mitzunehmen. Das erste, Mobile Learning. Ja, ganz klar, Internetzugriffe 70% sind über das Smartphone im privaten Bereich. Das heißt, wir müssen diese Sequenzen so gestalten, dass die wirklich über Smartphones und Tablets responsive erreichbar sind. Seamless Learning, das heißt ubiquitäres Lernen. Lernen ist immer und überall und da gibt es so verschiedenste Momente, sozusagen die Weiterentwicklung des Mobile Learnings. Es gibt kein formelles, informelles Lernen mehr, sondern alles greift ineinander. Und das können natürlich Variables, also wenn sie das irgendwo auf der Kleidung mal tragen, kann das natürlich noch ein sehr, sehr cooler Trend werden und das sieht man jetzt gerade im Corporate Learning Bereich, also im Firmenweiterbildungsbereich. On Demand, das ist ein Trend, den man sowieso kennt. Wissen ist natürlich jetzt immer und überall ubiquitä verfügbar und vielleicht haben Sie es auch schon mitbekommen, früher hat man noch diskutiert, war das so heute? Nehmen die das Smartphone raus, schauen nach und sagen, nein. Viel wesentlicher ist, was leite ich daraus ab? Ich habe zwar Wissen und überall da, brauche aber Wissen, um das in Kontext zu setzen. Also das ist dann unsere Strategie, Basiswissen zu vermitteln und wo man diese Materialien, die immer verfügbar sind, in den Kontext setzen kann. Micro Learning für den Schulbereich manchmal finde ich ein bisschen zu overhyped. Man kann schon Dinge so in kleinen Lernsequenzen anbieten, aber gerade wenn es um reflektiertes Wissen geht, um zusammenhängendes Wissen, ist das sehr, sehr schwierig, weil sonst würde man nur so singuläre Sachen quasi im Behaviourismus-Style trainieren. Aber es ist wirklich ein Trend, den wir nicht übersehen. Viele bieten das an, es muss auch überall oben stehen, wenn man etwas verkaufen möchte. Vielleicht kennen Sie das Konzept Coffee Cup Learning von der Wirtze im Pädagogischen Hochschule. Da hat man das tatsächlich gemacht, ein Fortbildungsinstrument für Lehrkräfte, das Sie immer und überall nutzen können. Coffee Cup Learning, das heißt, Sie haben einen Kompetenzbereich zum Beispiel, wie kann ich Bilder im Internet suchen, finden und verwenden als Lehrperson, ohne dass ich mich strafbar mache. Und dann haben Sie fünf Videos untereinander. Sie können aber nur auf das erste Video zugreifen und hier ist wirklich im Micro Learning Erklärungsteil in vier bis sechs Minuten in diesem Video etwas erklärt. Und wenn Sie sich das anschauen, können Sie danach ein Quiz machen. Und wenn Sie das Quiz richtig haben, bekommen Sie einen Badge, eine Kaffeebohne. Also deswegen auch Coffee Cup Learning und es dauert so lange wie ein Kaffee. Also wie ein Kaffee-Latte, nicht wie ein Espresso. Und wenn Sie diesen Badge haben, schalten Sie das zweite Video wieder frei, wieder mit dem Quiz. Und nach fünf Einheiten bekommen Sie ein personalisiertes Zertifikat, das Sie in den Dienstakt wieder hochladen können. Also, nein, Ausdruck und hineinlegen können. Da sind wir gerade dabei, das Neue zu machen. Das wäre ein Beispiel für Micro Learning und bei Micro Learning haben wir natürlich einen Bereich dabei, den machen Sie schon Ewigkeiten, das Gamification, das Anreichern von Spielsituationen, von Lernsituationen mit Spielen. Wer die richtige Antwort hat, bekommt das Zuckerl, darf hinauslaufen bei Turnen und so weiter. Das kann man auch digital machen. Wer die richtige Antwort hat, bekommt Sterntal und so weiter. Auch wieder sehr behavioristisch, aber ist ein Trend. Sobald man sich über Trends informiert, wird man immer wieder auf Gamification. stoßen, hier zum Beispiel mit so Mitarbeitspunkten, wo man dann einen Highscore hat, mit Labels und so weiter. Game-Based Learning wird ganz, ganz oft mit Gamification gleichgestellt. Das ist aber was ganz anderes. Game-Based Learning heißt, Serious Game-Based Learning oder Digital Game-Based Learning, Schülerinnen, Schüler, Lernende spielen ein virtuelles Spiel. Aber es geht jetzt nicht ums Lernen per se, sondern es geht ums Spielen. Und erst durch die Reflexion im Hintergrund, im Abgang sozusagen, in der Evaluierung, beginnen die plötzlich zu überlegen, was ist denn hier passiert. Zum Unterschied Game-Based Learning, Unterschied zur Gamification. Bei Gamification wird tatsächlich eine normale Lernsituation einfach mit spielerischen Elementen angereichert. Aber beides hier haben wir ein Beispiel für den Pflegebereich, das die Firma Obers mal umgesetzt hat. Das heißt, man kann hier auch wunderbar in so Spielen in Lebenswelten eintauchen, ohne dass man jetzt sofort einen Menschen pflegen muss, zum Beispiel. Personal Learning, das ist natürlich genial. Man kann auch, wenn das Internet sehr, sehr weit ist und groß ist, kann man für jede Person das relativ gut zuschneiden. Man hat die Möglichkeit, auch wie beim Video, das eigene Tempo zu bestimmen und auch zu bestimmen, wann ich das Ganze schaue. Asynchrone Vernetzung, etwas, was wir gar nicht merken, aber das ist gekommen mit einem sehr großen Messenger-Dienst. Auch ein Megahype im Lernen. Sobald ich etwas nicht weiß, kann ich sofort jemanden schreiben und fragen. Das muss uns auch bewusst sein. Weil für Lernende ist es oft ganz komisch, wenn Lehrerinnen und Lehrer nicht per Mail oder per WhatsApp oder Telegram oder was auch immer erreichbar sind. In ihrer Lernwelt ist das ganz normal. Das muss man dann auch klar definieren und erklären, warum es nicht so ist. Kollaboratives und soziales Lernen. Auch das ist natürlich möglich, weil ich Grenzen überschreiten kann. Und da haben wir zum Beispiel MOOCs oder kooperative Online-Seminare, wo ich in einer Gruppe, groß oder klein, gemeinsam etwas erarbeiten kann über Wochen, ohne tatsächlich an einem realen Ort zu sein. Quizlet Live kennen Sie als Kollaborationstool wahrscheinlich, Sprachlehrer, Lehrerinnen, wo die Schülerinnen und Schüler nur in der Gruppe etwas kollaborativ lösen können, zu Hause aber individuell lernen können. Das ist ein ganz tolles Tool, kann ich nur empfehlen. Learning Analytics, ein Ding, was Sie auch ganz, ganz oft lesen, wenn es um Trends geht. Learning Analytics bedeutet, man kann aufgrund der Daten, die wir hier alle einpflegen, es entstehen ja urviele Daten mit dem Klick, kann man dann auch herausfinden, wo hakt es oder wo ist es denn nicht so ganz toll. Das heißt, ich kann analysieren, an welchem Punkt brauchen meine Schülerinnen und Schüler die meiste Aufmerksamkeit. Wenn zum Beispiel beim Video immer bei der Minute drei, bei dem einen Video hier Fragen auftreten, muss ich genau im Unterricht auf das gezielt fokussieren. Und in Verbindung mit Adaptive Learning würde das heißen, meine Leistung wird im Bezug zu allen anderen analysiert und genau aufgrund, wie ich etwas gemacht habe, bekomme ich die nächste Übung zugespielt. Also wenn ich das sehr, sehr gut gelöst habe, bekomme ich die nächste Übung, die viel, viel schwieriger ist, habe ich das nicht so gut gelöst, man sieht irgendwo Bedarf, dann bekomme ich vielleicht noch eine Übung, die denselben Transfer nochmal sichert. Heißt Adaptive Learning, angepasstes Lernen. Und das Letzte, eben die Massifizierung von Bildung. Wir haben dadurch die Möglichkeit, auf der einen Seite Kurse ewig und in urgroßen Mengen anzubieten, die sogenannten MOOCs, die Massifiz Open Online Courses, wo wir auch schon einige für die Lehrerinnen fort- und Weiterbildung anbieten. Und das Coole ist, diese Kurse werden nicht nur angeboten von irgendwelchen Freelancern, sondern wirklich von ganz, ganz renommierten Universitäten wie Princeton und Harvard und so weiter, die geben ihre Vorlesungen, die zeichnen diese aus und stellen die wirklich online, man kann sie kostenlos besuchen. Massive Open Online Courses. Das Zweite bei der Massifizierung ist bislang was so, Unterrichtsmaterialien konnte ich zwar erstellen, ich konnte es auch jemandem anderen geben, aber wir haben jetzt zwei Dinge geklärt mit dem Internet. Erstens, wenn ich das ordentlich lizenziere, darfst du andere auch verwenden und weitergeben, straffrei und das Zweite, was wir haben, wir brauchen nicht immer wohin gehen, um das jemandem zu geben, sondern wir können es tatsächlich im Internet publizieren. Die sogenannten Open Educational Resources. Ein Megatrend wie die UNESCO meint seit fünf Jahren und der hebt gerade voll ab. MECU MOOCs, ein kleines Beispiel aus Österreich, Medienkompetenz MOOC. Das ist wirklich ein MOOC, der wurde an der TU Graz, Uni Graz in Kooperation mit Pädagogischen Hochschulen entwickelt. Der ist rein online, da können so viele Lehrkräfte teilnehmen, wie sie wollen. Und wenn sie das machen, der dauert acht Wochen, jede Woche kommen drei, vier Videos und am Ende Literatur und am Ende immer Quizzes. Sie können da auch kooperativ in Kontakt treten. Wenn sie das fertig haben, bekommen sie über PH Online ein richtiges Fortbildungszertifikat. Das ist ein kleines Beispiel. Kann ich Ihnen empfehlen, iMOOCs.at heißt die Plattform. Zwei Trends noch. Das eine ist Virtual Reality, etwas, was sehr gehypt wird, was erst kommen wird so richtig für den Betriebsseinsatz, aber damit kann man vor allem diese immersiven Lernerlebnisse fördern. Da wirklich das Eintauchen, gerade bei Technik oder Biologie wird das ein spannendes Thema werden, glaube ich, wo man wirklich eintaucht in Situationen, aber auch in berufsbildenden Bereichen. Also ich kenne eine Firma, die hat das gemacht für, dürfte ich dabei beurteilen in so einer Kommission, für Dachdecker, die Lehrlinge, die haben immer so ein hohes Risiko, dass denen etwas passiert. Und jetzt haben sie diese Gefahrensituationen zunächst mal vor einigen Jahren immer als Videos dargestellt. Und jetzt haben die das tatsächlich auf und fühlen sich so, als wären sie in der Gefahrensituation am Dach, aber halt in einer sicheren Welt, das ist das Immersive Learning. Das Letzte ist das Augmented Reality, eine Verbindung aus realem Leben oder eine Weiterung mit dem digitalen. War von Ihnen vielleicht schon mal, wer entflippt im ersten Financial Life Park? Kann ich Ihnen empfehlen, für die Wien-Woche ist kostenlos. Das ist ein, ist kostenlos, Sie müssen sich aber bald anmelden, das ist ein, ich habe immer gesagt, Geldmuseum, jetzt heißt es Experience Trail, glaube ich. Dort lernt man Finanzkompetenzen, die ähnlich wichtig sind wie auch diese Energie- und Digitalisierungskompetenzen. Dort lerne ich als Schüler, als Schülerin Finanzkompetenzen in der Gruppe. Und warum ist das augmentiert? Jeder bekommt, wenn er reingeht, und jeder ein Tablet. Dieses Tablet heißt dort Wallet. Man wird in Gruppen aufgeteilt und an verschiedenen Stationen muss sich, weil das Tablet interagiert mit den unterschiedlichen Dingen, Aufgaben lösen zum Thema Financial Literacy, Financial Life, Finanzkompetenz. Und die zweite Station, zweite inhaltliche Station, also die Tour dauert circa zwei Stunden, die zweite wird begleitet auch von Trainerinnen und Trainern, kostenlos für alle, ist keine Werbemaßnahmen der Erste Bank, die haben extra hierzu auch wirklich ein Gremium, das das überprüft, das ist von der Erste Bank Stiftung am Hauptbahnhof, also auch super zu erreichen. Ich gehe in die Station und eine Station sieht so aus, das ist rund, ein runder Raum und drei Fahrräder, Ergometer stehen dort. Die Schülerinnen und Schüler können sich bewerben, wer radeln möchte und dann werden drei gelost. Zu diesen drei Schülerinnen und Schülern werden dann auch andere zugeteilt. Und dann ertönt die Glocke und das Spiel beginnt. Damit das Tablet, das muss man vorne einloggen beim Rad, damit der Strom da ist, müssen die Radfahrer treten. So, ein gewisses Tempo, aber sonst ist der Strom weg. So, jetzt treten die. Dann kommt eine Frage. Die Frage ist, wo nur ich als Radfahrer, ich schrei die Frage zu meiner Gruppe zu. Also, wir haben 100.000 Euro, wir sollen das anlegen und wir möchten eine möglichst niedrige, niedrige Rendite, eine möglichst hohe Rendite erziehen, aber es soll sicher sein, bla bla bla. Die Spiele bekommen vier Antwortmöglichkeiten. Dann müssen die wählen, die senden mir die Antwortmöglichkeiten. Ich wähle die richtige aus. Wenn es die richtige ist, steige ich ein Level auf, also die ganze Gruppe und der Widerstand wird ein bisschen weniger. Ich kann mich ein bisschen entspannen. Sie sehen schon bei mir. Ich kann mich ein bisschen entspannen. Und die nächste Frage. Wenn ich aber die falsche Antwort eingebe, falle ich runter, der Widerstand wird mehr. Wenn ich das nicht aushalte, nicht mehr schaffe, dann geht der Strom aus und dann schreien mich die anderen wieder an. Also, das heißt, man wird spielerisch hier in der Gruppe und das ist eine von fünf Stationen, da gibt es noch Getting Global und so weiter. Also, wo man nicht so extrem körperlich arbeiten muss, aber wo man auch hinteragiert. Das ist Augmented Reality. Kann ich Ihnen empfehlen, das ist auf der Webseite. Sie können, glaube ich, ab 1.11. Mitte für das nächste Jahr buchen. Machen Sie das sofort, wenn Sie Interesse haben. Das ist immer ausgebucht in zwei Wochen. Was leite ich jetzt ab aus diesen Trends? Erstens, Wissen ist immer und überall verfügbar. Wir haben eine Demokratisierung dessen. Zweitens, es sind Formate, die können Sie sich mir noch gar nicht vorstellen. Vor zehn Jahren, also es gibt jetzt 13 Jahre ein Smartphone, vor zehn Jahren, war Flipped Classroom ein Hirngespinst von wenigen. Ich weiß noch, wie ich das eingeführt habe. Man hat gesagt, du schaffst den Beruf der Lehrperson ab. Und das dritte ist, und das ist eine wesentliche Herausforderung für das Schulsystem und für das Bildungssystem überhaupt, es kommen ganz neue Anbietermarkt, die alle alles besser wissen. Die schauen halt nicht auf die Datenschutz-Grundverordnung. Die schauen halt nicht auf das System Schule. Aber die zeigen an, und das ist für Schulen eine mega Herausforderung, weil sie müssen sich jetzt auch in diesem Netz des Digitalen einmal zurechtfinden, weil da kommt jeden Tag ein neuer Anbieter, der die perfekte Lösung für Österreich hat. Abschließend, der Ausblick, was heißt das Ganze, was braucht es jetzt? Erstens, es braucht jemanden, der vorne steht, mit Innovationskraft und einem gewissen Kompass. Das bedeutet auch, ich muss wissen, wohin die Reise in etwa geht. Genau weiß es keiner von uns, aber ich muss mich mit dem Thema, ob ich dafür bin oder dagegen, schwarz oder weiß, rapid oder austral, wobei, wir wissen rapid besser, muss ich einfach dem nachgehen. Sonst überholt uns das Ganze, weil alle Lebensbereiche werden davon betroffen. Zweitens, wir brauchen Infrastruktur und Workflow. Wir brauchen das technisch, wir brauchen das aber auch in unserem Mind. Also, wenn wir nur analog leben und arbeiten, glauben wir, dass es analoge, wie es jetzt ist, einfach eins zu eins umsetzen ins Digitale, wenn wir keine Mehrwert haben, dann wird es auch nicht funktionieren. Das Dritte ist, wir brauchen Content, der vielleicht interaktiv ist, der leicht zugänglich ist. Und wir brauchen auch die Fähigkeit und das Wissen, wie man Content produzieren kann. Also, Content-Produktion wird ein ganz, ganz zentrales Thema werden. Und das Vierte, ich glaube, dass jede Lehrperson, und das sehen wir jetzt auch in ganz, ganz vielen Initiativen, so eine Art Edotech-Know-how brauchen muss. Man braucht eine Basisausbildung, um diese Dinge zu verstehen und zu bedienen. Aber auch der erste Bereich ist ganz wichtig, das Verstehen. Wenn ich selbst nicht verstehe, was das bedeutet, eine Nachricht via Messenger-Dienst zu senden im Vergleich zu SMS, werde ich wahrscheinlich niemals einen Workflow an einer Schule definieren können, der den datenschutzrechtlichen Aspekten genügt. Das heißt, wir brauchen da irrsinnig viel Antwort und Weiterbildung, weil das eben so umfassend ist. Das heißt, abschließend mit einem Zitat von dem ganz, ganz coolen Dieter Dahmen, wir leben auf dem Vulkan und Vulkan steht sozusagen für volatil, ungewiss, liquide, komplex, anders und wir haben eine Negation von allem, was besteht. Das heißt, man kann nichts falsch, aber auch nichts richtig machen, aber man kann neugierig bleiben, weil die Welt, die morgen ist, die kennen wir heute noch nicht. Vielen lieben Dank. Da haben Sie noch ein paar so Tipps, was Sie machen können.